Erleben Sie Schlüsselmomente. Wenn Sie Ihren BMW Digital Key Hauptschlüssel eingerichtet haben, können Sie mit Ihrem kompatiblen Android-Smartphone, z.B. aus der Samsung Galaxy S21 Familie oder ein Google Pixel 6 oder 6 Pro Ihren BMW entriegeln, zerriegeln und starten. Um Ihren BMW mit einem Digital Key zu entriegeln, halten Sie die Rückseite Ihres Smartphones in die Nähe des Türgriffs. Die exakte Position hängt davon ab, wo sich die NFC-Antenne in Ihrem Gerät befindet. Es ist nicht nötig, Ihr Gerät zu entsperren oder die MyBMW App zu öffnen, wenn Bildschirmsperre erforderlich für Ihren BMW Digital Key nicht aktiviert ist. So können Sie Ihren BMW Digital Key auch dann noch stundenlang nutzen, wenn Ihr Smartphone nur noch auf Energiesparmodus läuft. Um Ihr Fahrzeug zu starten, legen Sie das Gerät in die Smartphone-Ablage und drücken Sie die Start-Stop-Taste. Wenn Sie Ihre Digital Key Card bei einem Servicetermin übergeben möchten, bringen Sie bitte auch einen physischen Fahrzeugschlüssel mit. Dieser wird benötigt, um die darauf gespeicherten Servicedaten ins Händlersystem zu übertragen. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. rauszuholen. 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 Vielen Dank.